Lutz ist Student und DJ aus Bielefeld. Normalerweise legt er unter den Namen DJ Swagger oder Interstate in der ganzen Welt auf und organisiert eigene Veranstaltungen in Bielefeld. Dann kam Corona. Wir wollten wissen, wie sein DJ-Leben jetzt aussieht und haben mit Lutz auch über DJs Dreams im Internet gesprochen und welche ihr dann nicht verpassen dürft. Ja, hi, ich bin Lutz. Ich mache seit gut sieben, acht Jahren jetzt Musik elektronisch. Ich mache Musik als Interstate und DJ Swagger und verdiene halt mit den Produktionen weniger, aber mehr mit dem Auflegen mein Geld die letzten paar, vier, fünf Jahre. Ja, also es ist jetzt nicht so super glamourös. Eigentlich ist es halt, dass ich gut fast jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende halt irgendwie einen Gig habe. in irgendeiner Stadt, meistens europäisches Gebiet und da halt hinfahre fürs Wochenende, auflege, auf der Party und dann wieder zurückfahre. Und wenn in der Woche zu Hause, sitze ich halt in meinen eigenen Produktionen. Auch das geht eigentlich. Also mir macht das ja Spaß. Es gab, das überschneidet sich auch nicht. Es gab, eine Situation war, da habe ich mich für eine Klausur angemeldet und habe vercheckt, dass ich an dem Tag nach Barcelona geflogen bin. Dann habe ich die Klausur halt sausen lassen, weil Barcelona. Aber sonst geht das eigentlich. Also ich meine, wenn ich nicht an den Wochenenden arbeite, ist das unter der Woche auch nicht so super zeitintensiv. Ja, DJ-Leben existiert ja jetzt nun so im weitesten Sinne erstmal nicht mehr, weil mit DJ-Leben verbinde ich halt Reisen und Auflegen in fremden Städten auf Partys und dadurch, dass das jetzt wegfällt, fällt natürlich auch, ja, erstens meine Haupteinnahmequelle weg und zweitens halt, ja, dieses Gefühl von rumreisen und halt coole Sachen machen. Jetzt shiftet der Fokus halt so ein bisschen und ich glaube, ganz viele DJs wissen gerade nicht, wenn das halt die Hauptprofession war, wie Geld ins Haus kommt. Und da muss man halt irgendwie Umwege finden, um jetzt Geld zu verdienen. Von den Meinungen, die ich mir jetzt persönlich eingeholt habe, natürlich, wir vermissen das alle, ist klar. Wir sind auch nicht so super optimistisch, dass es jetzt so super schnell wieder losgeht. Also auch ich persönlich halte es für blöd und nicht schlau, jetzt halt irgendwie alles in Bewegung zu setzen, damit schnell Partys wieder losgehen können. Das ist jetzt wirklich unsere geringste Sorge im Moment. Früher oder später wird es wahrscheinlich wieder losgehen, aber bis dahin sollte man nichts überstürzen. Und bis dahin, denke ich, können wir uns auch damit abfinden, dass es halt nicht geht. Also im Grundprinzip finde ich es super, dass jetzt halt natürlich umso mehr Musik irgendwie zugänglich wird, desto mehr Leute können sich daran erfreuen natürlich. Auf der anderen Seite sehe ich da ein bisschen eine Gefahr drin, weil natürlich nicht nur DJs jetzt gestreamt werden, sondern wir hatten auch schon Streams von ganzen Konzerten, die alle kostenfrei waren, wo niemand was bezahlen musste, um da halt mitzumachen, die Musik zu hören. Wenn es so viel Musik umsonst gibt und frei zugänglich ist, dann hat irgendwann keiner mehr Bock, irgendwie für Musik zu bezahlen. Und dann sind die Leute, die darauf angewiesen sind, dadurch zu verdienen, halt natürlich auf gut Deutsch ein bisschen am Arsch. Und es gibt halt so super viele Livestreams im Moment. Da kann sich halt jeder was rauspicken. Das ist super. Muss man halt nur gucken, wie lange dieser Trend anhält. Also an dieser Stelle kann ich ja mal Werbung machen für meine Freunde vom Nummer zu Platz aus Bielefeld. Die Seite heißt Diffuser Seance auf Facebook. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es da zwei wöchentlich Streams mit elektronischer Musik, sehr virtuos, sehr neu und ziemlich cool.